Hallo meine lieben Panzerfreunde, wir zocken hier wieder zusammen. World of Tanks Blitz, ein Replay von mir mit dem E-100. Ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber das kennt ihr ja meistens von mir. Ich speichere die dann und irgendwann, wenn ich Lust und Zeit habe, kommentiere ich die dann. Ja, und das ist halt wieder so ein Replay. Ich muss sagen, E-100 bin ich mega, mega zufrieden. Ein sehr cooler Panzer, ich habe richtig Spaß mit diesem Ding und es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Panzer zu grinden. Er ist auf gar keinen Fall OP, aber er ist gut. So, ich musste erstmal hier ein bisschen gucken, warum bin ich aufgewiesen. Ist da oben vielleicht, also auf diesem riesen kleinen Hügel hier gerade vor uns, sind da vielleicht ein, zwei TDs oben auf dem Berg. Da wird es ja auch nicht auseinandergebaut werden. Ja, das ist halt der Distanz. Da trifft der E-100 nicht so genau. Aber ich glaube, ich mache nochmal einen zweiten Versuch. Kette gezogen, damit er nicht abhauen kann. Das ist das einzig Gute an diesem Schuss gewesen. Aber wirklich, der E-100 ist halt nichts für diese Distanzen. Deswegen habe ich vielleicht auch einfach mal die falsche Lane gewählt. Ich habe ein bisschen auf Action hier am Anfang natürlich gehofft, war jetzt aber nicht der Fall. Weil jetzt ist alles nur noch hier High Distance und das ist halt einfach nicht seins. Ihr seht das, ich habe deutlich drunter gehalten, das ist Dinge so weit nach oben geflogen. Boah, drei Schüsse abgegeben und schon alle drei am Anfang verkackt. Ob das so ein gutes Replace ist? Ich weiß es nicht. Aber wir gucken mal rein. Ich weiß nicht mehr, warum ich es gespeichert habe. Das wird schon seinen Grund gehabt haben. Ah, schöne HE-Schelle von fast 1000 Damage, Leute. Whee, also. Das war schon mal wieder ein schöner Hit hier gewesen. Ah, ich sehe, der Light nähert sich von hinten. Unten kommt ein Medium gefahren. Ah, da habe ich es probiert. Ich hätte einfach auf die VK-Hinsen schießen sollen. Boah, habe ich ja viele Fehler diese Runde gemacht. Oh, jetzt kommt, glaube ich, der Light Sheridan. Ich glaube, ich bin nicht so richtig entscheidend, auf wen ich schießen möchte. Keine Gun Depression. Mit HE, die im AMX die Kette zerballert. Da hätte ich natürlich auch normal schießen sollen. Hätte ich auf jeden Fall mehr Schaden geschossen. Uiuiui, drei gegen vier. Oh mein Gott, da ist, glaube ich, ein Kinderwerfer. Haben wir Kinderwerfer im Gegnerrischen Team? Ja. Wow, da habe ich gerade eine Tausender Schelle bekommen. Ey, das ist natürlich richtig bitter für mich. Wow, habe ich viel verschossen diese Runde. Zwei gegen vier. Eieiei, also die Runde habe ich echt eingeschissen. Wir gucken mal, was noch passiert. Ich weiß jetzt nicht. Zwei gegen vier. Ich habe auch erst 1300 Damage geschossen. Also da war auch einfach das Glück nicht auf meiner Seite. Ich weiß auf jeden Fall, das weiß ich jetzt noch. Ich wollte auf jeden Fall meine Grille schützen. Also das war für mich oberste Priorität, dass ich mich jetzt hier in die Schussbahn stelle, um meine Grille irgendwie zu save, so gut es geht. So, Pogetto hat noch einen bekommen. Habe ich hier nochmal kurz angewinkelt. Sehr gut. Damit hat er nur einen Treffer von dreien gesetzen können. Das war schon mal nicht schlecht. Ich weiß, da vorne ist irgendwie der Kinderwerfer. Deswegen kann ich nicht rauspushen. Weil ich wurde ja aus der Richtung vom Kinderwerfer beschossen. Da ist er. Oder? Nee, doch nicht. Die VK. Ah. Und da war mal wieder ein schöner Lucky-Treffer gewesen. Da ist die Patrone nicht irgendwo in die Wallachei geflogen. Ich sehe, der Pogetto wechselt die Seite. Also mache ich das auch. Ich will ja unbedingt meinen Waffenträger schützen. Ich tingle hier hin und her und will einfach nur dafür sorgen, dass mein Waffenträger nicht rausgenommen wird. Und ich weiß, da hinten ist auch noch irgendwo der Kinderwerfer. So, der Pogetto will anscheinend cappen. Gar keine so dumme Idee, wenn die anderen beiden auf den Cap gucken. Und ich weiß, ich muss halt irgendwie irgendwann handeln. Der TD wird für mich nicht aufmachen. Das ist Fakt. Der wird da hinten stehen. Also muss ich den Cap verhindern und jetzt ein bisschen aggressiv fahren. Aber ich will halt nicht irgendwo aufgehen, wo mich da hinten der Kinderwerfer oder die VK 75... 72,01 ist, ne? Warte. Und ich weiß, dass er hat siele. 72,01, genau. Äh, wo mich hier wegkommt. Erster Bouncy. Ja, ich habe vorzugsweise mit HE geschossen, damit ich, egal wie, irgendwie an ein bisschen Damage komme. Oder halt vielleicht eine Kette oder so ziehe. Damit ich den Cap einfach verhindere. Und ich muss immer noch aufpassen, da hinten steht noch ein Heavy und ein ganz doller Aua-TD. Und der mich jetzt mit 900 Leben, könnte mich der Kinderwerfer auch rauspumpen. Muss nicht sein, aber die Chance ist ziemlich hoch. Ich glaube, ich habe es einfach genommen, weil es taktisch ganz gut gespielt war. Und wegen meinen Überlegungen. Auch wenn ich viele Schüsse versemmelt habe. So, da hinten ist der Kinderwerfer. Progetto verkackt es wieder. Ich würde mich natürlich am liebsten ausschießen. Aber ich habe natürlich auch gehofft, dass die Grille auf den Kinderwerfer wirken kann. Hat er, glaube ich, auch. So, Kinderwerfer ist raus. Aua, die VK hat mich hier erwischt. Progetto. Ja, braucht zwei Hits für mich. Schön angewinkelt. Und weggepumpt, meine Freunde. Weggepumpt. Ihr Bounce, schreibt er. Ja, ich habe eine Menge gebounced auch, wirklich diese Runde. Aber auch ein bisschen Pech beim Schießen. Ihr seht, es wollte eigentlich unten drunter schießen. Und die Patronen ist trotzdem oben reingeflogen. Das hätte ich vielleicht die VK auch schon auseinander gebaut. Aber die Geduld, der Schutz des TDs hat hier, glaube ich, zum Sieg geführt. Auch wenn es jetzt echt vor mir keine grandiose Runde war. Sie war taktisch gut gespielt. Damage-mäßig nicht so gut. Und ich hatte halt auch einfach ein Linden mit Pech beim Schießen. So. Ja. Es war auch nur eine Klasse 2. Ich glaube, ich wollte es einfach deswegen zeigen, weil es halt einfach an und für sich taktisch ganz nett gespielt war. Blöd war, dass ich auf der, ähm, nennen wir sie mal TD Heavy Lane rechts war. Und einfach keine Gegner waren und die waren so weit weg. Und da ist der E100 halt falsch. Das hätte ich vielleicht besser machen können. Aber am Ende habe ich es, glaube ich, noch ganz gut rausgespielt. Mit der Möglichkeit, ich hatte die Grille. Hat auch ordentlich Damage hier geschossen. 4800 Damage. Auch der MX war ganz gut dabei mit 3400 Schaden. 40 Schüsse abgegeben. 10 Treffer. 9 Durchschläge. Ist trotzdem gar nicht so verkehrt. Gut. Ja, ich bin durch. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Wir sehen uns einfach im nächsten Part bei World of Tanks Blitz oder in einem meiner Livestreams. Kommt da rein. Kommt auf mein Discord. Link ist in der Videobeschreibung unten. Ich hoffe, wir sehen uns. Haut rein. Auf Wiedersehen. Bye, bye.